So, starten wir nach oben und es ist Jeffrey Silbesma, der hier den Start gewinnt. Und Jeffrey Silbesma, der hier die Führung übernommen hat, gefolgt von Marvin Kahn dahinter Louis Steppe und Stevie Kohlinger. Also wir sind das jetzt. Aber Jeffrey Silbesma, der Marketing-Pay, der rausgemacht zur Hälfte dieses Laufes. Marvin Kahn an der zweiten Position. Jetzt kommt von außen die Stimme der Leiter. Und jetzt geht es innen auf. Marvin Kahn, der ist schon geschnitten. Marvin Kahn, der ist recht zufrieden. Ausgangs der Kurve ist er vorbei. Und jetzt geht innen auf. Marvin Kahn. Marvin Kahn, der ist heute da. Ich bin jetzt innen. Wir haben jetzt innen. Wir kommen innen. Wir werden innen. Wir müssen innen. Wir haben auch hier innen. Wir müssen jetzt innen. Wir müssen jetzt auf! Lewis Kahn, der wir jetzt hier mit dir aus und her. Jawohl! Jeffrey ist der bester Mann der Story. Lewis Kahn, der wir jetzt hier.